Zeit ist Geld. Wenn du das glaubst, machst du einen riesengroßen Fehler. Denn so wirst du niemals reich werden. Höchstens, wenn du schon im Rollstuhl sitzt. Und was willst du dann mit dem ganzen Geld? In diesem Video verrate ich dir die unausgesprochene Wahrheit über Geld. Wie du es schaffst, Reichtum aus dem Nichts aufzubauen. Wie du es schaffst, Geld nicht mehr gegen deine Zeit zu tauschen. Was ist Geld für dich? Musst du viel und hart arbeiten, um Geld zu verdienen? Verdienst du es überhaupt? Ist Geld die Wurzel allen Übels? Willst du unbedingt mehr Geld und wartest schon auf die nächste Gehaltserhöhung? Deine Gedanken über Geld sind zum Großteil nicht deine eigenen. Wir wurden jahrelang durch unsere Familie, Freunde und Umfeld geprägt. Menschen, die in einer armen Familie geboren wurden, denken oft ihr ganzes Leben, dass sie es nicht verdienen, viel Geld zu haben. Wir werden von allen Seiten geprägt, Geld als etwas Schlechtes zu sehen. In Filmen sind die Reichen immer die Bösen, Verwöhnten und Gierigen. Selbst in der Schule lernen wir kaum etwas über den Umgang mit Geld. Der Großteil von uns denkt bewusst oder unterbewusst negativ über Geld. Wenn du dieses Video siehst, willst du wahrscheinlich so schnell und so viel Geld verdienen wie möglich. Wenn das dein Ziel ist, musst du deine Einstellung gegenüber Geld ändern. Wir schauen uns jetzt an, wie du deine Einstellung gegenüber Geld änderst. Danach kommen wir zu einem mindestens genauso wichtigen Punkt. Die Gleichung, die wohlhabende Menschen nutzen, um Reichtum aus dem Nichts aufzubauen. Wir haben gelernt, dass wir nur Geld bekommen, wenn wir hart und viel arbeiten. Dass wir einen gut bezahlten Job brauchen. Unser ganzes Leben arbeiten wir so auf einen Job hin. So führst du dein durchschnittliches und sicheres Leben. Aber reich, wirklich reich, wirst du so nicht. Es gibt eine Ressource, von der wir alle nur begrenzt zur Verfügung haben. Sobald diese Ressource aufgebraucht ist, bekommst du sie nie wieder. Ich spreche natürlich von Zeit. Bei einem normalen Job im Angestelltenverhältnis tauscht du deine Zeit gegen Geld. Verdienst du 20 Euro pro Stunde und arbeitest 40 Stunden pro Woche, musst du fast 24 Jahre arbeiten, um eine Million zu verdienen. 24 Jahre, wenn du keine Steuern zahlst und auch nichts von deinem Geld ausgibst. In Wahrheit wirst du mit einem Job, die dir 20 Euro pro Stunde bringt, nur Millionär werden, wenn du dein ganzes Leben sparst und schon alt und grau bist. Viel Zeit bleibt dir da nicht mehr. Du hast deine gesamte Lebenszeit gegen Geld getauscht. Reiche Menschen haben aufgehört, ihre Zeit gegen Geld zu tauschen. Sie haben eine andere Gleichung erschaffen. Hör auf, Geld zu jagen. Alles, was du verstehen musst, ist folgendes. Du wirst proportional zu deinem wahrgenommenen Mehrwert bezahlt. Und wer nimmt dein Mehrwert wahr? Freunde, Familie, deine Nachbarn, alle Menschen, denen du auf der Straße begegnest und dir auf dieser Erde leben und etwas kaufen können. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob Profisportler zu viel verdienen. Sport bietet den Menschen so einen großen Mehrwert, in Form von Unterhaltung, dass es genug Menschen gibt, die dafür bezahlen. Der Markt ist groß genug. Fassen wir zusammen. Je höher dein Mehrwert, desto mehr Geld wirst du verdienen. Und wie bietest du Menschen einen Mehrwert? Indem du Probleme löst. Nimm dir einen Moment Zeit. Du wirst merken, dass jedes einzelne erfolgreiche Unternehmen ein Problem löst. Netflix bietet dir Unterhaltung, ein Fitnessstudio, ein Ort, um Sport zu machen und Jeff Bezos erleichtert dir dank Amazon das Kaufen von Gegenständen. Hör auf, dem Geld hinterher zu rennen und es zu jagen. Wenn du viel Geld willst, solltest du nicht nach Geld suchen, sondern nach Problemen und gleichzeitig nach Lösungen für diese Probleme. Sobald du die Lösung gefunden hast, mach daraus dein eigenes Business. Hör den Leuten in deinem Umfeld zu. Was mögen sie nicht? Was wünschen sie sich? Was frustriert sie? Was halten sie für unglaublich unpraktisch? Das ist der einfachste Weg, um ein Problem zu finden. Kannst du eines dieser Probleme lösen? Wenn du ein Problem gefunden hast, ist es wichtig, eine skalierbare Lösung zu finden. Du willst nicht nur einer Person helfen, sondern so vielen wie möglich. Machst du dich zum Beispiel als Fitnesstrainer selbstständig, tauschst du wieder deine Zeit gegen Geld. Du kannst nur eine bestimmte Anzahl an Fitnessstunden pro Tag geben. Aber du kannst einen Online-Kurs kreieren, der Menschen dabei hilft, zu Hause fit zu bleiben. Du kannst deine Inhalte nach und nach erweitern, um immer mehr Menschen zu erreichen. Das ist skalierbar. Finde eine Lösung für ein Problem und mach es dir zum Ziel, dass so viele Menschen wie möglich Zugriff zu dieser Lösung haben. Das ist die unausgesprochene Wahrheit über Geld. Um Geld zu verdienen, musst du nicht dein ganzes Leben lang für andere arbeiten. Du musst eine Lösung für Probleme von anderen finden. Das ist der einzige Weg, für den Menschen bereit sind, dir Geld zu zahlen. Löst du ein Millionenproblem, wirst du Millionen verdienen. Löst du ein Billionenproblem, wirst du noch viel mehr verdienen. Halte Ausschau nach Problemen und finde eine Lösung. Wenn du Geld nicht mehr hinterherrennen willst, dann habe ich noch etwas für dich. Ich habe vor kurzem den neuen Video-Kurs Gesetze des Reichtums – 7 Regeln für deine finanzielle Freiheit veröffentlicht. In dem Kurs erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du deine finanziellen Ziele erreichst. Über den Link in der Infokarte gelangst du zum Kurs. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.